Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und willkommen in der letzten Folge von diesem Durchgang. Er hat noch 35 Runden. Ich denke nicht, dass hier der Führer das beenden wird. Daher ziehen wir die 35 Runden durch. Die Folge wird wahrscheinlich auch etwas kürzer. Ausser es gäbe riesige Überraschungen und wir rechnen jetzt nicht unbedingt. Und sonst müssen wir dann halt schauen, wie es weitergeht. Ich finde für den ersten Durchgang etwas schlecht gewesen. Ich hatte ja doch einige Mechaniken, die ganz anders funktionieren. Daher denke ich, wir werden den dritten Platz machen und mit dem dritten Platz, sonst kann ich damit leben. Nein, nein, nein. Helfen. Ganz klar. Helfen. So löst man solche Probleme. Das ist schon stattfertig geworden mit der Steuerbehörde. Zwischenzeit ist das ja einigermassen gut. Wir sind stabil. Hier ist noch ein Bahnhof. Wir schauen jetzt noch, dass die Wissenschaftsgut vorwärts sind. Das sind 6 Runden. Hier sehen wir vielleicht noch ein paar Trachten. Hier ist die Wirtschaftsstadt fertig. Hier ist die Fachschulwissenschaft. Die Inhalte sind gut, stabil. Alles tipptap. Dann gehen wir da nicht runter. Wir machen die Bibliothek. Wir ändern die Runde. Die haben die Steuerbehörde gemacht. Die hat auch Einfluss gehabt. Jetzt haben wir hier eine Kohlenmine. Das ist natürlich interessant. Wo ist das da? Nein? Da. Hier ist die Kohlenmine. Dass wir noch keine Kohlenmine haben, finde ich das interessant. Das ist schon gut. Das machen wir. Das Rosenereignis. Die Welt einer Weltsprache. Oh. Hm. Ich finde es interessant. Das ist immer eine Weltsprache. Aber noch ein dritter Platz. Das ist weit abgeschlagen vom ersten. Was überhaupt die Kultur. und da alles betrifft. Ich finde es keinen Widerspruch. Aber wir machen jetzt natürlich. Na, geht noch gut. Dann gehen wir da mal schauen. Die Wissenschaft. Was haben wir da mal relativ schnell? Da. Die Skriptabsteilung. Die Bände. Abgeschläge. Ich bin ein Schraubenmine. Und wir werden eine Kulmmine gebaut. Das werden dann der Kulmmin erbaut. Das ist gut. Dann wir. Da haben wir. Dann haben wir da. Pusherman geschwind. Schaubeine gebaut wurde. Stabil, Nahrung ist ein bisschen niedrig. Ah, da kann man auch Kohlenmühne bauen. Ich denke, da kommt das Geschwindel so, dann sind wir hier durch. Dann beginnen wir eine Kohlenmühne bauen. Die Frage wäre wohl, die ist echt tief. Da, gut, zweite Kohlenmühne. Gut, die Bibliothek, stabil. Das Spiel, Nahrung ist nicht so toll. Na gut, Ronschreis ist nicht verwundet, man macht es nicht. Neuverordnig, nein. Oh, eine Schlacht ist entgangen mit Wände. Ritter, ab wo? Hm. Scheinbar sind wir nicht einmal schlecht. Die Verstärkung. Oh, wir machen noch Schacht. Definitiv noch etwas anderes. So. Die Bogenschütze sind hinten. Das ist gut. Dann nehmen wir aber den noch da. Da rein. Und den da. Da. Oder vielleicht besser das. Der ist da. Da sind die Bogenschütze geschützt. Verstärkung können wir schon holen. Gut. Auch wenn wir es verlieren, das ist egal. Also wegen den letzten 26 Kundinnen. Machen wir jetzt keine Fass auf. Aber interessant wird es auf jeden Fall. So. mal wieder. Das ist gut. Das ist gut. Oh. So. Oh. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe, was ich nicht verstehe. Aber ich habe es nicht einfach so großartig. Ich glaube, das ist super lebt. Ich habe es nicht so gut. Wir sind immer wieder fit. Wir sind noch grüner. Hm, unentschieden, tipptopp. Tipptopp. Das wird der ganz knappe Runde. Das hat fast nichts gemacht. Auch interessant. Ein Bärme ist sicher. Wir haben die Schlacht verloren. Interessant. Okay. Also hat sich durch und durch gelohnt, wie wir etwas anderes gesehen haben. Wir haben hier gewachsen. Wir haben riesige Geldmengen. Wir produzieren noch ein paar Einheiten. Warum nicht. Damit wir keine persönliche Folgen kommen. Und die Bände. Schauen wir mal. Ich finde einfach nur, wer alles da angegriffen hat. Schon da oben gewesen. Gibt es da irgendwann unabhängige Stadt noch? Wenn ja, sehe ich sie nicht. Interessant. Pollenmine abgeschlossen. Ja. Nahrig ist im Minus. Aber man hätte da nichts mehr auf die Schnelle machen können. Das heisst, man ist hier auf die Reise gebracht. Und. Und. Ist da ein Bär? Ja, da machen wir da. Die Wissenschaftler. Das ist mit der Nahrig auch ein Minus. Auch nichts auf die Schnelle. Oder auch Steuern. Gut. Auch die Schule. Wenn wir schon gesagt haben, dass Meid und Buben in die Gliedschule dürfen, auf die Schnelle sind. Jetzt sollte man das vielleicht einmal irgendwie umsetzen. Machen wir da. Hm. Ich habe gerade gesagt, dass sie eingliedert werden. Das Bau ist. Kuriosität. Lightning in a bottle. This new power will impact every aspect of society. From public safety to industrial production. Change is coming. Change is coming. Okay. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Aber das ist mit der Läcke. Das ist wichtig. Ich kann darüber nach dem öffnen. Ich brauche die Biologie. Der Kahn-Speicher gebaut wurde, das ist gut. Das ist einfach Pusher. Ich weiß nicht, ob er verkauft wird. Okay. Ja, Operplatz. Ja genau, das Rotlichtbezirk. Reaching the end of an ideology axis isn't extremist. Think of it as being focused, yes? Very goal-oriented. Ah, lieber enthandelt. Das finde ich tipptopp. Nahrung ist immer noch nicht so glücklich bei Suppen da oben. 28 Runden ist sogar viel zu lang. Dann machen wir noch einen Argsplatz. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 10. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 15. 15. 15. 16. 18. 23. Wann machen wir das? Nahrung ist akzeptabel. Zwölf Hunde passt auch. Und wieder Osmose. Ablehnen, weiter. Die Einheitenbewegerin. Gut, die hat Nahrung wieder verbessert. Dann werden wir die nochmal in eine Einheit bauen. Die kommt im AQ. Das kann ein Problem sein. Ja, das nehmen wir hingegen gerne. Da ist eine Schule gebaut worden. Wahrscheinlich haben wir hier 11 Runden. Doch, besser. Das ist ein bisschen kleiniger. Aha, das ist ja schon fertig. Okay, wir schicken ihn auch da rauf. Nahrung bessert besser. Vier Runden und eine hier. Nahrung erhöht. Und das ist... Zwei Stunden in der Schule. Ich denke, es ist schon bald. Aber es ist viel zu stark... ...vernachlässigt. Und das ist schon bald. Und das ist schon bald. Und das ist schon bald. Wir ignorieren sich nicht. Ich denke, untersuchen, reformieren. Ja. Ein bisschen Wishiwashi. ACTUR. Morscht ist fertig worden. Man muss ich einfach zu gerettet werden. Bänder. Nein. Bänder. Bänder. Da wird wahrscheinlich eh nichts mehr gehen in dieser kurzen Zeit. Ja, und ein paar Hunde. Ah, Holzweiler. Mikrobiologie. Ein Backenstein überhaupt. Immerhin haben wir noch zwei zusammen bekommen, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Ablehnen. Okay. Da kann man eh nicht mehr arbeiten bei diesem Spiel fertig, ist nochmal das oberste. Hier haben wir das Alchemielabor noch beendet. Das ist schon 20 Minuten. Die Folge ist lang, als ich geteilt habe. Und dann können wir das schon wiederholen. Und dann steigst du da. Und dann bist du da. Und dann steigst du das. Und dann steigst du da. Wir nehmen sie jetzt alle ab, das Hund nehmen wir drauf an. Oh, das Hund ist echt so gut. Die Hände mit der Runde in der Sicht zu. Der Empire you have built, from tribe to titan, is a credit to your exemplary leadership. If another has done better, that does not lessen your prestige or your impact. Posterity will remember you in particular for your contribution to the sciences. Your empire became a beacon of knowledge and scientific progress. History may also remember you with the same awe that visitors felt when they saw the wonder you built. Magnificent! One other achievement worth noting. You became the leader of a great religion. Congratulations! And glory to you! Congratulations! Under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. There may be future adventures and deeds and even grander scope for this grand story. Regardless, you have left a great mark and answered the question. How far will you push humankind? ... ... ... ... ... ... ... dritter Platz, immerhin. Das haben wir für Sprenger, Memphis, 57. Das Spiel fortsetzen. Ah, also wie in Civilization. Es gibt theoretisch ein weiteres Spiel, aber für mich ist das einfach nicht wirklich interessant. Der Sieger ist gerührt. Und darum würde ich jetzt auch sagen, man beendet die Folge. Man beendet die Runde. Also die Runde, der Spieldurchgang. Wie wir weitermachen, wie gesagt, weiss ich noch nicht. Da muss ich euch noch ein bisschen im Dunkeln lassen. Wer es selber noch nicht genau weiss, vielleicht machen wir noch einen zweiten Durchgang, wo wir auch versuchen, wirklich mal Erster zu werden. Weiss ich aber noch nicht. Und sonst würde ich sagen, danke für die Unterstützung. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr eure Zeit genommen habt für das. Und wir werdet uns in dem nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wenn immer ihr die Videos schaut. Und wir sehen uns. Tschüss zusammen. Musik Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!